Yo Leute, herzlich willkommen auf dem Myra Sniping Channel. Ich bin Myrod Rex, Co-Leader von Myra Sniping und ich darf euch recht herzlich begrüßen mit einer New Year Recruitment Challenge. Ich mache euch ganz kurz mit den Regeln vertraut. Das müsste normalerweise klar sein für die Player ganz kurz. Next Gen wird natürlich bevorzugt, aber wenn ihr krasse Xbox 360 Spieler seid, die bei Black Ops 2 hängen geblieben sind, so wie ich, könnt ihr natürlich das auch versuchen, da eine Response zu machen, das hochladen. Wenn ihr richtig krass seid, könnt ihr auch da eine Chance haben, uns zu joinen. Ein Aufnahmegerät ist natürlich Pflicht, das muss jeder haben. Ihr könnt nicht euren Kumpel fragen, ob er es euch abrecordet. Dann müssen die Clips auch noch in 60 FPS sein. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr einiges verpasst. Wir haben 2017, da müsste man 60 FPS recorden können. Der Clan-Tag für die RC, das ist MSR, für Myra Sniping Recruitment. Das ist sehr einfallsreich. Und natürlich, die Shots müssen alle Non-Setup sein. Wenn ihr Setup-Shots benutzt in der Response, die werden nicht gewertet. Also am besten immer schön Legend spielen, meine Freunde. Und das Enddatum, wann die RC vorbei ist, ist der 5. Februar. Das ist übernächsten Sonntag. Bis dann habt ihr eigentlich genug Zeit. Dann noch ganz kurz für die Editoren. Ist natürlich klar, ihr müsst kreativ sein. Solltet mindestens 3 Clips in einem Edit benutzen, dass ihr schön über 30 Sekunden kommt. Und könnt auch mehrere Responses machen und die bitte auch mit dem Hashtag MSR hochladen. Ist klar, ich wünsche euch viel Glück. Das war's mit den Regeln. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein!